Hallo, der ist denn da? Das Fotostudio, ja? Ja, das Studio. Ich würde ganz gerne ein paar Fotos machen von mir. Meine Freundin hat nächste Woche Geburtstag. Ich wollte ganz gerne diesen Anlass ihres Geburtstags nehmen, irgendwie um Schluss zu machen. Okay. Deswegen bringe ich die Bianca und die Chantal auch mit zum Fotoshooting. Okay. Was machen Sie, wenn ich fragen darf? Haben Sie? Ich bin im Kornebereich tätig. Bis zum nächsten Mal.